Die Vorstellung gliedert sich in benötigtes Spielmaterial, dem Spielaufbau, dem Spielziel, den Spielablauf, dem Spielende sowie den Spielvarianten. Pasang wird auf einem quadratischen Spielbrett mit 10 x 10 Feldern gespielt, wobei die mittleren vier Felder ausgespart sind. Es werden 60 schwarze und 60 weiße Spielfiguren sowie eine dunkle und eine helle Spielfigur benötigt. Das Spielbrett wird zwischen die zwei Spieler gelegt und die schwarzen und weißen Figuren wie in der abgebildeten Grundaufstellung positioniert. Die dunkle bzw. helle Spielfigur wird vor dem jeweiligen Spieler bereit gehalten. Ziel des Spiels ist es, die meisten Punkte durch das Schlagen von Figuren zu erzielen oder alternativ den Gegner so zu blockieren, dass ihm keine Zugmöglichkeit bleibt. Damit lässt sich Pasang in den Spielkategorien, rein vom Spielziel, den Schlagspielen, aber auch den Blockadespielen zuordnen. Die Spieler einigen sich, wer beginnt. Anschließend wechseln sie sich ab. Passen, also bei der Bewegung aussetzen, ist nicht erlaubt. Gespielt wird ausschließlich auf den Kreuzungs- und Eckpunkten. Zu Beginn wählt der Startspieler eine von elf möglichen Passagen aus. Diese fünf Figuren auf seiner Spielbrettseite entfernt er und erhält deren Gegenwert an Punkten gutgeschrieben. Schwarze Figuren geben einen Punkt, weiße Figuren zwei Punkte. Anschließend wählt der gegnerische Spieler auf seiner Spielbrettseite ebenfalls eine von zehn möglichen Passagen aus. Diese darf sich nicht auf der Linie der Passage des Startspielers befinden. Regelvarianten geben sogar vor, dass sich die zweite Passage diagonal der ersten befinden muss. Die Punkte der entfernten Figuren werden ihm ebenfalls angerechnet. Als nächstes befördern die Spieler eine der Figuren der vier angrenzenden Linien an die Passagen zu ihrer Spielfigur. Dabei wählt der Spieler entweder zwischen einem Zug aus den direkt angrenzenden Linien oder einem Sprung aus den äußeren Linien. Direkt im Anschluss entfernt der jeweilige Spieler eine ungerade Anzahl an Spielfiguren der gleichen Farbe in horizontaler Linie zur eigenen Spielfigur. Die daraus resultierenden Punkte werden dem Spieler gutgeschrieben. Die Spieler sollten sich gegebenenfalls einigen, ob sowohl Zug und Sprung in die Passage gestattet sind oder sich auf eine der Möglichkeiten festlegen. Nun beginnen die Spieler mit ihren Zügen. Gezogen wird ausschließlich mit der dunklen bzw. hellen Spielfigur beliebig weit über unbesetzte Punkte in orthogonaler Richtung. Im Anschluss eines Zuges muss immer das Schlagen einer ungeraden Reihe an gleichfarbigen Figuren auf der gleichen Linie des Zielpunktes erfolgen. Zu beachten ist, dass bei einem vertikalen Zug nur die horizontalen Spielfiguren geschlagen werden können und umgekehrt. Eine Reihe wird weder durch die eigene Spielfigur noch durch leere Kreuzungspunkte unterbrochen, jedoch durch andersfarbige Figuren oder der gegnerischen Spielfigur. Zudem durch die mittige Aussparung im Spielbrett. Alle so geschlagenen Figuren generieren Punkte für den jeweiligen Spieler. Das Spiel endet, sobald alle schwarzen und weißen Spielfiguren vom Spielbrett geschlagen wurden. Der Spieler mit der höheren Punktzahl gewinnt das Spiel. Ebenfalls beendet ist das Spiel, wenn ein Spieler keinen regulären Zug ausführen kann. Dieser Spieler verliert das Spiel. Als Varianten existieren insbesondere mehrere Dutzend unterschiedliche Grundaufstellungen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Schauen Sie auch gern bei weiteren Spielvorstellungen vorbei. Untertitelung im Auftrag des DِّBes Vielen Dank für Ihr Interesse. Ach so viel gemacht. Jetzt sind wir noch ein paar Tage. Das war für die Gestaltung. Tales zu trinken. Liebe Leute, ich selbe. Ich habe noch etwas Zeit gefolgt. Ich habe noch etwas Zeit geholfen. Vielen Dank.